Alles was zählt. AWZ. Vorschau. Folge 4161. Donnerstag, 23. März 2023. Können Jenny und Justus Axel abschütteln? Dennis gelangt zu einer Einsicht. Jenny und Justus versuchen den misstrauischen Axel abzuschütteln, bis der durch einen Zufall die Wahrheit entdeckt. Dennis erkennt, dass es das Beste für seine Läuferinnen ist, wenn er sich als Trainer zurücknimmt und Luca das Trainieren der Damen überlässt. Sonst riskieren sie ihre Chancen bei der Deutschen Meisterschaft. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!